Luca, schau! Was machen die da? Merd, dahin dürfen wir nicht. Du brauchst mindestens eine Temperatur von 1500 Grad. Was? Was machst du da? Wir dürfen nicht dahin! Merd, warte! Wer seid ihr denn? Wir dürfen nur weiterhin die mindestens 1500 Grad haben. Warum ist es so warm geworden? Melissa, bist du dumm? Wir leben in der Hölle. Natürlich ist es warm. Und du, ich muss deine Temperatur messen. Bestimmt ist es einer von den Idioten. So, mal sehen, was deine Temperatur beträgt. Was? 4500 Grad? Das ist doch nicht wahr. Melissa, kann es sein, dass wir ihn vielleicht gefunden haben?